so das ist der alte mann wieder wir sind angekommen schön stufe 61 das sind genauso gut wie meine ich jetzt habe mal gucken das sind tollkorb hier habe ich was von tollkorb dann tauschen wir euch mal aus die sind auch von tollkorb dann machen wir hier noch die zwei nasher darquests du du-du-du du-du Da wird ein Eiszeppel wachsen hier. Na komm. Apropos hier unten, das ist Sozialschub und das, das heißt ich könnte wieder eins anmachen. Sozialschub war das, das braucht noch 11 Minuten. Okay, dann machen wir erstmal hier weiter. Erstmal schick mal den wieder los. Ja komm, mach mal was. Hoffentlich. Ja bitte, jetzt kann ich erstmal was verkaufen gehen. Warten Sie die Untersuchung und wurden Vorschläger. Das brauche ich noch. Das kann verkauft werden. Das, 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 das. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Und dann wollte ich mal was gucken. Genau. Ne, will ich nicht. Meine Mutter reicht aus. Ey, Jedi Meister. Ich bin Jedi Gott. Ne, den Handlungsbogen mach ich nicht. Nö, 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 noch nicht. Da ist noch Zeit. Da hab ich noch Zeit. Ha, ich bin Jedi-Gott. Ich kann durchrennen. Nee, hier war es nicht. Okay. Äh, Stim-Händler. Nee, brauch ich nicht. Nee, Held-Mission brauch ich auch nicht. Das Terminal brauch ich auch nicht. Fett. Genau. Fett. Du bist fett. Diese Kältebank ist offenbar. Wo muss ich hin? Einmal da hin. Erinnerung. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäfte. Angelegenheiten zugesehen. Was? Den komm ich doch nicht an. Ey, war das nicht so eine Katze? Eiskatzen-Schnurrhaare. Da. Nee. Mann, lass mich doch mal so ein Viech angucken. Das wird so jetzt... Mann, Alter. So schnell stirbt niemand. Äh, wo war das jetzt, äh, da hinten, äh. Wie viel brauch ich? Ich schaffe Eiskatzen-Schnurrhaare. Nur eins? Hier ist schon wieder irgendeine Story-Mission. Nee, die machen wir nicht. Ist das überhaupt richtig hier draußen? Warte mal ernsthaft. Ich muss bis dahinter? Dann fahren wir halt bis dahinter. An den... Stopp mal hier. Süde. An den beiden die Maps schon auf Deck, ne? Ich weiß nicht, ob ich gerade richtig fahre. Moment mal. Warte mal. Ich muss erst mal hier gucken. Ich habe dann noch zwei, drei habe ich dann noch. Okay. Machtsprung lässt deinen nächsten Einsatz von Erledigen oder Wirbelklingeln. Okay. Er hört die Reichweite von Klingensturm auf 30 Meter. Habe ich Klingensturm hier irgendwo? Sturmheb. Vorstoß. Lichtschwertwurf. Klingensperre. Ne, habe ich nicht. Machtsprung beendet die Anklingenzeit. Hütersprung habe ich nicht. Verringert die Abklingenzeit von Macht Schuh. Befreiende Macht durch Sportfeinde mit einem schmerzhaften Kälte und verursacht 8 Sekunden lang 372 Elementarstaunen bei allen betroffenen Zielen. Außerdem gewährt Macht Eiskalttempo, wodurch deine Bewegungstempo 8 Sekunden auf 30 Prozent erhöht. Hört sich nicht schlecht an, aber da ich ja sowieso meistens zu den Gegnern springe, nehmen wir das hier. Genau, und jetzt weiter. Was ist denn das da unten? Okay. Vulkan. Das werde ich sehen, wenn es soweit ist. Ob man die droppt oder nicht. Da unten ist, da muss ich noch ein ganzes Stück fahren, hier. Na dann. Du kannst wieder was erledigen. Hier. Genau. Wow. Hätte ich es so gleich offen lassen können. Ja. Und das. Hier. Wenn man einmal nicht hinguckt, in welche Richtung muss ich jetzt? Immer noch da lang. Wo war ich denn jetzt? Äh, hier L. Jo, diese Mission kann später wiederholt werden. Kapitel 1 Jagd. Es ist halt so, ah, äh, ah. Was gibt? Boah, das ist nicht schon aufgerüstet. Geil. Bist du so eine Katze? Nö. 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 Schützende Barriere. Der braucht noch ein paar. Ja. Heldenweltenboss, 861.000 Leben. Sonnerwunsch Hut. Schneebeln. Aber nee, warte mal. Das kann ja nicht die Katze sein. Oder doch? 861.000 Leben. Aber warum wird mir dieses Ei hier angezeigt? Kann ich das mitnehmen? Kriege ich da wieder ein Tier raus? Hallo? Nö. Die wollen alle nie angreifen. Geil. Ah, ist das geil. Na los, greif doch mal an. Ich will abstauben. Die warten jetzt alle ab, bis man abstauben kann. Wow. Was kommt denn da? Da ist ja nochmal so ein Vieh. Ähm. Äh. Oh, der Ene war schon... Alles klar. Ah ja, komm. Wir mischen mal mit, wa? Hui. Hä? Wo ist denn das Vieh hin? Hä? Oh. Alter, dass das hier Leggy und so viele da sind. Holy shit. 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 Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Wo ist es? Da! Attacke! Ich attacke! Weg! Ich will auch was abhaben. Na toll, ich habe nichts bekommen. Beschüss. Was ist das Ei dort denn auch? Macht mich kümmer. Welches Level seid ihr alle bitteschön? 75, 52. Der hat ja nichts zu suchen. 75, 54, 75, 71. Ey, da bin ich ja mit meinem 64er Kindergarten noch. Ach du Heimatland ey. Es gibt gut XP. Scheiß drauf, komm auf Game. Die anderen sind einfach nur zu Baba mäßig hier. Aha. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erlebt. Hier wollte ich reinlunzen. Endzuschwertes Begabten von Ortmann. What the fuck? Wie viel Damage? Das wird aufgehoben. Das wird definitiv aufgehoben. 2.000 Damage. Holy shit. Beschaffe... Larvenhörne. Das kriege ich noch hin. 45. Viel Spaß alleine beim Weltenboss. Was da nicht? Kristallwüstig. Ja, ist mir schon klar, was hier... Warte mal was? Ich muss da hoch? Das ist aber Dingsbumsvorräte. Ah ja, war klar. Ach, ihr auch noch, ja? Guck mal, ihr. Aber hä? Wie komme ich denn da hin? Hä? Ihr lasst mich mal bitte schön in Ruhe jetzt hier. Hä, wie soll ich denn da hin kommen? Äh, das Fest des Wohlstands, zwei von drei. Nein, 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 fahr weiter. Äh, das ist aber, das ist doch auch nicht. Das ist hier unten. Hier komme ich denn da rein. Hä? Hä? Wie soll ich denn... Komm ich von der oder von der Seite eventuell rein? Das ist gerade Schitterino. Äh. Eine Stunde Sozialschub. Erheblich. Drei Stunden. Ne, wir machen nur die Ebenstunden-Dinger erstes Mal. Wie komme ich denn da hin? Oh, hi. Und jetzt sag mir nicht, ich komm von da. Oh, leck mich doch ernsthaft. Ach ne, das ist wieder fein. Das ist doch bestimmt zu. Schmugglerphase, ja, ist gar nichts für mich. Oh, leck mich doch. Ich kann nur hier Hocheier sammeln. Oh, äh, äh. Ne. Okay, da komm ich nicht auf den Berg. Nice. Aber das ist da hinten. Das ist in dem Gebiet hier. Im nächsten ist es wieder nicht. Oder vielleicht doch? Habe ich Glück? Da komm ich ja wieder nicht so hoch. Oh, hier kann man automatisch fahren, bitte. Aber das müsste dann... ...da hinter sein. Okay. Ich verstehe das mit den Eiern nicht. Ach man. Hör doch mal auf. Ich fahr viel zu weit weg davon. Hallo. Ich will die Eier sammeln. Mehr nicht. Ich hör was. Eisblock. Das erfordert Hydroverdünner. Okay. Habe ich nicht. Nee, ich muss es offen lassen. Ich komm hier nicht runter. Hä, wie soll ich denn sonst die Dinger hier holen? Wo bin ich? Da bin ich. Das war hier unten. Äh. Hier gibt es voll viele Dinger. Posten. Teile. Genau. Äh. In die Richtung muss ich. Ich muss in die Richtung? Hä? Bin ich jetzt... Jetzt bin ich schon wieder hier. Hier gibt es eine Höhle. Gibt es dort eine Höhle? Boah, das wäre dann creepy. Ah, was gibt es auf Insta Neues? Nichts wirklich. Oh mein Gott. Eike ist müde. Fahr ich noch richtig? Ich glaube nicht. Ach, ich bin falsch. Hey, luell. Da muss ich nach einer Höhle ausschauen halten, ne? Boah, das mit dem Weltenboss werde ich definitiv nett machen. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich habe ja auch eigentlich schon genug von den Münzen. Preise habe ich mir schon angeguckt. Da gibt es nichts wirklich. Nichts, was ich gerne hätte. Die Rüstung ist auch below. Okay, einfach geradeaus erst einmal. Da muss es dort eine Höhle geben, anders geht es ja gar nicht. Anders geht das ja nicht. Alter! Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Na, die sind genauso wie meine. Können verkauft werden, gut. Was ist das? Banditen allerlei, irgendein Schrott. Irgendein Schrottgedöns, den ich nicht brauche. So, jetzt muss man lünzen. Irgendwo würde es eine Höhle geben. Das muss wieder ein Questabschnitt sein, in den ich nicht reinkomme. Ich glaube, hier war ich ja auch schon vorhin. Ja. Genau. Das ist nicht für mich. Geobestien. Was sind denn das überhaupt für Viecher? Wie sehen die aus? Okay. Höhle. Gibt es hier eine Höhle? Nee, ich habe gedacht, ich habe Wohlegründe gehört. Jagdgründe der Schneeblinden. Oder muss ich die umnieten und kriege das dafür? Oh ja. Jetzt geht's los. Was ist zu Loot dabei? Ja, aber nicht das, was ich möchte. Ach komm, macht ja sonst keinen Spaß hier. Alter. 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 Alter, Kiro, was ist mit dir los? Ich stehe hier. Ja, schön, dass du stirbst. Ich habe selber gerade alle Hände voll zu tun. Alter. Nö. Warte. Nö. Ey, das ist ja... Nö. 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 Einfach nö. Warum? Lass mal wegrennen von denen hier. Schnell. Und ganz schnell hier. Aber ich sehe hier keine Höhle, um an die Eier zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass man hier an der Seite irgendwie langkommt. Und die Dinger kann ich nicht anklicken. Der ist einfach mal blau. Warum auch immer. Okay, irgendwo gibt es hier einen Weg zu den Eiern. Irgendwo. Hier lang. Ey, wenn das jetzt richtig ist... Ey, leck mich am Arsch. Das ist tatsächlich richtig. Was denn hier los? Das ist halt richtig... Du willst mich doch... Ach, komm, ey. Geh, oh bestia. Ey. Ich glaube, du fällst in die Bekleidung. Das ist für mich. Ey, Kirow, was ist mit dir los? Wieso springst du einfach weiter vor? Das ist ja schlimmer als Lydia in Skyrim. Aber wir haben schon 2 von 5. Wie viel Leben hast denn du? 17.000. Stufe 41. Ach komm, nur risk no fun. Ich will es mal versuchen. Oh, schon dauert. Ja, nur Panzerhandschuhe. Die werde ich nicht anziehen. Ja, wenn es jetzt hier oben natürlich noch was geben würde, wäre das richtig geil. Ob man in die Lava kann? Nein, 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 man kann nicht Oh, man muss es aber einfach versuchen. Gibt es hier oben überhaupt nichts? Nö. Ich dachte, Datakon oder so, das wäre mal richtig geil gewesen hier oben. Naja. Wie, was hat Deckard ausgerotzt? Halt mal den Schnoller bei dir. 4 von 5 eine Lave müssen wir noch. Da. So, letzte Lave auch verledigt hier. Dann das da. Send Außenposten. Bla bla bla. Ich glaube, ich muss dort hin. Moin moin Phönix. Ja, da muss ich rein. Warte mal. Warte mal, ich brauch... Ich muss irgendwas kaufen. Irgend so ein Eisschmelzzeug. Ich muss halt ein Eisschmelzzeug. Ähm, Sanitäts-Truide. Nö. Nö. Da sind bestimmt hier drinne. Ah, gibt es irgendwo einen Shop? Stimhändler? Ja, stimm mal. Mit dir rede ich hier irgendwann mal? Äh, ne, nein, ich bin falsch gefahren. Hä? Leute, ich bin hier Ich bin hier gerade echt falsch Okay, ich bin falsch Ja, gut Ich muss da Scheiße Ich muss da hin Was haben wir denn? Was ist das denn? Siegering des alten Thion Okay Ich grüße Sie Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung Ja, genau Das ist einfach ein fucking Geschenk Ach Mann, ey Das werden wir dann mal versuchen Moff Nasha da sind Habe ich eigentlich hier mal wieder was neues bekommen? Ähm, nee, das nicht Ähm, Palawan Freude, Fliegerass Hüter der Wahrheit Reiter des Marsch Ritter der Republik Der Ehrenhafte Der Pilot Wurmfurter Skalachstampfer Der Erhabene Der Unüberwindliche Der Anständige Der Anständige Der Bösewicht Der Bösewicht Der Bösewicht Du siehst mir aus wie ein Shop Ich habe gute Zulieferer Ich verkaufe nur die besten Ähm, optimiertes Medipack Drei Ton- Okay, meins ist genauso gut Hä? 1,30 Abklingzeit 1,30 Da bleib ich bei meinem Insektenhülle Scharlachklaue Das weg Das weg Trainings Dings Bums Verbesserer Seht euch ruhig um Nee, nicht das, was ich will Reitierhändler Abonnentenhändler Seht euch die Ware an Womit kann ich dienen? Tundra-Towntown Hab ich sowas da? Was ist denn das? Kann ich mir nicht holen Oh, schade Towntown-Köder Towntown-Zähmungsdaten Dieses Datenpack erhält Zoologische Daten Über die Towntown-Spezies Die für einen Tierführer sehr nützlich Waren liegen Genügend Daten vor Können Towntowns gezähmt Und zu Reitier Ausgebildet werden Äh Musste ich mir merken Wie ich wieder hier bin Also dat Musste ich mir Auf jeden Fall merken Äh Modifikation 34, 38, 42 Jedi-Ritter-Ausbildung Hast du was für mich? Ich teile mein Wissen gern Mit jemandem, der talentiert ist Du bist kein guter Ingenieurin Crewfähigkeiten Händler Nee Soziale Objekte Händler Nein Stim-Händler Nein Held-Mission Nö Da muss ich hin Da gucken wir mal Ob sie drübers gibt Nö Komm ich einfach nicht rein Ich könnte auch mit dem wegfliegen Wow Wo kriege ich denn das Zum auffrieren Äh Auf Auffrieren Ich bin scheuer Zum auftauen Stim-Händler Hier hinten dürfte kein Händler mehr kommen Kantine Kantine Hast du sowas? Wenn ihr was seht, was euch gefällt Gebt mir ein Zeichen Ah hier Hydrofahrten Ey Komm her Hab dich So Ha Hebe ich mir fürs nächste Moth Ich komme dann gleich in den Vc-Darko nach der nächsten Pause Die werde ich mich gleich machen, weil ich muss lieber zum Klo Äh Mein Schiff Ich funktioniere gerade mit maximaler Leistung So kann ich Ihnen noch besser dienen Gut, doch mal Zeit Du machst nichts außer Zeugbergen Kämpf endlich mal Ich muss Muske Das war ja Kopfgeld Hier Drei Stück kann ich hier abgeben Ich komme, ich will die Quest noch abgeben hier Das brauche ich mir nicht mehr Ich bin jetzt mit ihm Ich bin jetzt mit ihm Das kriege ich mich Das können wir alles schon Und hallo an alle Zuschauer die neu dazugekommen sind. Ah, gut. Hopp. Äh, da lang muss ich. Ich muss hier. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Genau da. Das sind zum Beispiel auch nur zwei Questen statt drei, ja. Weltenboss-Zutaten. Das ist immer noch hier. Nee, ganz echt. Die Weltenboss-Dinger. Kannste knicken. Ich hab's versucht, ne. Zutatenbeschaffung. Äh. Mir fehlt nur noch eine. Aber ich hab wieder zwei weg. Und dann hab ich nur noch die zwei offen. Zutatenbeschaffung. Das ist doch das mit den Weltenbossen, oder? Oh? Keine Ahnung. Jetzt komm ich gleich wieder in die übelst krasse Leckecke. Ah. Toi, toi, toi. Hier sind dieses Mal nicht so viele. Das gefällt mir. Ähm. Dem muss ich die bringen. Ich hab schon wieder geholfen. Ich helfe immer gerne. Äh. Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich stelle mittlerweile Gömmerer der Argumente, ne. Wohlschädigkeit des Fensters. Und dann schausten. так, schon. Ich bin New York. Ich bin diamond outrages ち кgens amоре. Wohlschädig. Ich bin zwölfen. Ja, ich bin ein schönes Versuch. Ich bin ein Siegel. Ich bin ein Stich. 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 Aber ich bin ein Stich. Alles klar Hier war noch was zum Abgeben Genau Was war das hier? Auftragstafel Ne, 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 ne Leuchtpilz Kochen, Leuchtpilz Schmoreintopf Das mit den Zutatenbeschaffungen Kapier ich einfach nicht Das haben wir alles schon gemacht Das haben wir schon gemacht Ja komm, wir nehmen doch mal Das Kochen an Aber das machen wir gleich Ich muss erstmal Kleine 5 Minuten Pause machen Denn ich muss bearish aufs Klo Und wir sehen uns gleich wieder Hurribe aus euch nichts Wir sehen uns aus Experience Vielen Dank.